neu eingetroffene leben ist ein mercedes 43 amg formatik aus erstzulassung märz 2018 wir haben hier den drei liter mit 401 ps deutsche erstausliefung 91.000 gelaufen in einem top gepflegten zustand besondere ausstattungsmerkmale sind amg performance sport abgasanlage night paket 20 zur leichtmetall felgen virtuell cockpits ambient beleuchtung head-up display spurhalter assistent mittelkonsole ist im carbon auffahrwarnsystem und vieles vieles mehr selbstverständlich bieten wir auch finanzierungsmöglichkeiten über die santander an ja wir nehmen auch dein altes fahrzeug zu fairen preisen auch auf dieses fahrzeug ist auch wie alle anderen unsere fahrzeuge nicht im kundenauftrag essen unsere eigenen fahrzeuge und der preis ist unschlagbar wir bieten dieses fahrzeug heute für 48.900 euro falls ich jetzt dein interesse gewirkt habe du auf der suche nach einem sportlichen limousine bist dann lohnt sich der weg nach mütheim an der ruhe